Oh jetzt ja Naja abgebot in der Hölle, Willkommen zu ner weiteren Runde Minecraft Battleworks mit Flo Fängt ja wieder schon gut an, also Flo und du bist echt professionell muss ich sagen Ja schon Ey Leute wisst ihr was ich nicht checke? Was denn? Oh jetzt gehts hier mal wieder los Ne Leute, ganz kurz Wir hatten, also Flo und ich hatten jetzt vor der Runde Ne Runde Genau, hatten wir auch noch ne Runde gehabt ne, wir wollten ihn aufnehmen ganz schön Auf einmal wurde ich gekickt von diesem Hohensohn-Server ne Und Leute, ganz kurz, damit wir gesponsert werden, hier ein Bild Scheißklank Ja, Hashtag Scheißklank steht ja jetzt hoffentlich drunter Verbreitet diesen Hashtag bitte unter jedem Video, das ihr seht Auch auf Facebook, Twitter, Instagram Ask Das ist ein bisschen dumm, findest du nicht? Äh, mir fällt kein anderes mehr an, warte mal Snapchat könnte man Bilder posten Instagram Habe ich Twitter schon gesagt? Ja ey, die sind schon da Bis wieder Flo, jetzt wird's mal wieder Zeit, dass der Rärzsohn mal wieder einen guten Tag hat, oder? Ja Alter, denkt der Denkt der ernsthaft? Der könnte mich umbringen, Alter Er hat jetzt zwar Insgesamt zwei Gold Aber Er ist tot Dafür hab ich die anderen zwei Find ich definitiv gut Ähm Ja, bauen wir bitte den Weg hier fertig Ja, weil Ja, ja Du bist der Typ, der arbeitet Und ich bin der Typ, der alle umbringt Ich werd'n immer mehr ausgenutzt Ja, wirst du auch Schön, dass du das eins siehst Wie im echten Leben Ja, genau Gib mal bitte sein Gib mal bitte Warte mal, der kommt da schon wieder Ja, gib mal ein Gold schnell Alter, der hat grad Fastboot schon, scheiße Voila, ich hab hier Gold Voila Ja Hier nimmst du Gold, Voila Ah, fuck Egal Guck mal Ich seh den nicht, du warst in mir Niemand fickt mich drosten Ja, der nächste kommt Egal, ich hab hier einen Bogen Tschüss Viel Spaß mit dem, ne? Ja, danke Und hol dir schnell einen Bogen Wenn er was sagt Dann bitte schlag ihn, danke Ah, fuck Ich darf nicht Ich hab direkt zwei Bögen geholt Ich seh den nicht mal Oh, der ist auf unserem Weg Scheiße Hinter dir, Flo Lauf einfach, lauf einfach Lauf einfach Lauf doch, hab ich gesagt Du kleiner Was für Laufen Ah, fuck Naja, er ist immer wieder auch tot Und außerdem hatte ich eh nichts Uh, ich hab den getötet Den Eid Flo, ganz kurz, ganz kurz Hier Hier, hallo Was? Oh, thanks, man Cool, man, cool Alter, ich hab beide gekillt Einfach Okay, beide War wieder so egoistisch von mir Aber du weißt ja Flo, ich liebe dich Okay Alter Sag doch wenigstens ich dich auch Du Schwein Oh Da hab ich wohl ein G zu viel gemacht Ja Vor allem ein G Ein Schwein Das ist ja wieder so eine typische Wow Aktion, ne Hm Aber dieser Skull on Fire Ist echt schlecht Skull on Fire Okay, Flo Beruhig dich Nimm deine Tabletten Keine Ahnung Der ist schon wieder runtergefallen Alter Alter, das ist ja beides voll die Randys Weißt du, der hat doch schon Ich denke, das war gute Rüstung Fällt einfach runter Aber ich save jetzt mal 5 Gold Und der ist schon gelebt Alter, du kleiner Fritz Guck mal, ey, wir machen ja den Guide wieder nach Geist Schreifen wir es, Leute Wird es das kürzeste Gaming Video, das ich je hochgeladen habe Egal, dann cut es Schlagen wir den Rekord Von 5 Minuten 26 Hallo, hallo Da Was denn? Was denn? Deadly Gold Wo? Achso, ja Das muss kurz kurz, guck mal Zufall die paar Meter dazu gehen Wobei, der kleine Fritz wird jetzt stecken Muss doch nix machen, Alter Gar nix Alter Der fällt einfach runter, oder? Ich bin einfach eine Maschine Und der hat einfach Nee, wir haben wie immer gesagt Nähmaschine, genau Ja, ja Ja, bin ich doch auch Das ist ein richtiger No-Hand Der hat keine Hand Kein Bild Nee Du gibst jetzt keinen rein, der nur eine Hand hat Doch Oder gar keine Ja, no-Hand Warte mal, wie ist der? Geh mal drauf Was? Ich nix habe ein Schwert, weil er Weil er ist schon Hä, was macht der? Okay Na, zum Glück haben wir Gold gesaved Ich bin bei dem in der Base Ich bin bei dem in der Base Alter, du kleiner Fritz Fuck mich nicht ab Alter, ich schwöre Ich gebe dir Oh, hi, ha, hi, ha, oh Ich bin fast gestorben Alter Flo, ich wäre nett, wenn du mal kommen könntest Ich schwöre, der bringt mich doch um Sofort Jetzt Ja, sag ich ja, sofort So, erstmal noch ein bisschen ordnen Ja, ich habe ihn eingekesselt Nee, die Tornspur war gerade nicht verzogen Ich habe es einfach nur später gesagt Flo, jetzt komm mal wirklich Ja, ich bin ja schon da Du bist nicht da Keine Panik auf der Titanic Doch Okay Ich kann kein Ich habe jetzt wegen dir noch immer kein Schwert Auf ein paar Augen Er fällt runter Wir sind eigentlich jetzt schon bei zwei Minuten erst, oder? Ja, Alter, wir sind einfach so Hammer Flo Durch mich Allein durch mich Nein, das liegt ganz alleine wegen mir Nee, an uns Weil ich einfach so geil bin, Alter Schreibt bitte mal in die Kommentare Hashtag scheiß Rehatszone Hashtag scheiß Clank Nähere Arztzone und Clank Okay, warte Ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Video-Ausschnitt gesehen Nee, warte, das sage ich gleich nochmal Okay, man Ja, du musst wieder eine Runde gehen Ja, du musst wieder eine Runde gehen Gut, dann danke fürs Zusehen Achso, wir machen ja weiter leider Gut, dann Hm Da war einer mit einem österreichischen Cape Wer hätte dir gefallen War für österreichisches Cape Ja, hatte der gehabt Kaffee die VIP, um volle Arinen zu joinen Da ist nix feinig 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 Ja, doch Hallo, nix Hallo, nix Hallo, Flo Oh, wann bist du Mach ein Boot für Fonden, bitte schnell Ach, kriegst du eh nicht Der Fonden kommt jetzt eh dran Hm, trotzdem Warte mal, ist im anderen noch einer? Ja Wer ist bitte dieser Bauerheit? Bauerheit Ah, na Bauerheit Bauerheit Ja, genau Ich dachte mir grad Dazu noch ein schlechter Witz Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Ich kenn den schon Wo ist mein Traktor? Ja Ne Oh, ich bin weg Ich bin nicht gelieft Ich wurde gekickt Tschüss Ich bin gelieft Mitten in der Runde Einfach so richtiger Herz Hey, da bin ich wieder Kacke Komm Warum bist du wieder da? Für was wohnen wir jetzt? Für Tower Äh, mit den ich dran kommen, aber Ja, ich weiß, hab ich auf Glück gesehen Ich nehm Aero Scheiß Aero Okay Da musst du taktisch spielen Wirklich Das find ich gut bei der Map Da musst du echt taktisch spielen können Das find ich schlecht bei der Map Da muss man taktisch spielen können Was dat? Warte Bastard Ich hoffe ihr seid jetzt zurück aus der Hölle Oder auch nicht Tja Ja, wenn nicht ist auch nicht schlimm Hier ein Bild Von was? Jetzt blende ich ein Bild ein, wo du in der Hölle ratsch musst So ein Bild gibt es aber gar nicht Ich editier es Ja, das wird wieder aussehen Ich mach doch Ich mach doch Wenn der ein Bild editiert dann wird es meistens zum Ja Ja Pass auf was du sagst Fiasko Nein Doch Ich bin einfach Ich bin einfach der geilste editiert Ey, hier hast du meine Blöcke ne Die liegen da Oh Er schießt einfach seine Blöcke runter Oh Mann Ich vergesse niemals zu springen Ich vergesse niemals zu springen Denkst du ich bin doof? Re-spaulen das ist so unnötig Ich kenn jemanden der würde jetzt wieder sagen Das ist so lächerlich Hey Scheiß-Girly-Fotze ich bin tot Vor allem Scheiß-Girly-Fotze Ah ja Gut, dann danke fürs Zusehen Schaut auf jeden Fall bei diesen komischen Reats-Zone vorbei Wir nehmen nicht lange genug auf Es ist schon alles Wir nehmen, wir nehmen Kapp was sieben, achten Bis Zum nächsten Video Morgen kommt wieder ein normales Minecraft-Datsplay von mir Bis zu sehen Und schau Leute Alter, da macht jetzt Benit jetzt einfach die Aufnahme Ey Das geht doch gar nicht